Willkommen zu TNA, wir sind da! Ich bin Jochen. Ich bin Nadine. Ich bin Nadine. Die Sohra. Die Sohra. Die Sohra. Ich und Lea machen uns jetzt los zur Oma. So wie eigentlich bis jetzt Sehenrand. Es ist so, dass wir jetzt Sehenrand eigentlich hingehen. Und ohne helfen, reiten Rollstuhl hinzukommen, damit sie halt Opa einfach dessen können. Ja, dann helfen wir sie auch beim Hinstellen, damit sie halt immer wieder steht, weil sie das üben kann. Jetzt mache ich mich schon mal los. Nadine macht heute länger. Und Lea nochmal mit. Also ich. Es ist sehr kalt. Das ist jedenfalls immer zum Abendbrot. Meistens so gegen 18 Uhr. Ja. Wir hatten dann heute, also ich hätte gerne heute, machen wir da was Chinesisches. Weil wir dadurch kommen ja natürlich schlecht was zu machen. So können wir da oben machen. Natürlich kann man dort auch Ampert essen. Aber da gibt es halt noch Schnitte. Wie ist halt üblich. Und das aber die eine ganze Zeit schon immer Schnitte essen. Aber das ist ja blöd. Na, mach mal los. Na ja. 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 Und was ist denn los? Ist das dein Ernst? Ja. 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 Ich zieh mich um und du flackst mich. Geht's noch? Ja. Ist grad von Oma zurück. Und wir sind eigentlich ziemlich krocki für heute. Also ich. Und du? Ja. Ich war zweimal einkaufen. So wie ich euch schon gesagt hab. Ja, ich hab den Aldi-Einkauf hier drauf zu hießen. Und da hab ich mir gedacht, alter Vater, dafür hast du 40 Euro bezahlt. Das war grad mit so bedeckten Einkaufsfragen. 40 Euro. Und mein Akku ist gleich leer. Ja. Ich möchte jetzt einfach so hinlegen und schlafen am liebsten. Aber es ist... Morgen ist frei. Da kann man doch auch dran wach bleiben. Ja komm. Trink jetzt noch einen schönen Energy. Ja, ja. Ich verstehe. Komm. Bibelchen. Du hast jetzt nicht nach so ein Schlüsselding geguckt? Ne. Ich hab ja auch schon gedacht. Ja. Ich hab auch dran vergessen, das zu erwähnen. Ich möchte nämlich gerne ein... etwas haben, wo wir unsere Schlüssel hinlegen können. Weil wir jetzt ja so viele Schlüssel haben. Ja. Das ist jetzt gleich Brezel. Laubenbrezel. Oh! Deswegen vloggst du! Nein! Na klar! Deswegen vloggst du! Darf ich kurz... Ich hab das ja gar nicht gesehen! Ich... Das ist nichts mit Rose! So ist kein... Oh wie geil! Das komische ist, dass die kein Ding dazu gemacht hat. Hier und so. Sehr schön. Hier. Für jetzt war sie da. Ist da. Und die sind wenigstens noch ein paar zu. Ah! Okay, die gehen noch. Hey! Was soll denn das? Fünf Wein. Nein, Wein ist der von gestern. Warum packst du den denn? Warum packst du den nicht gestern schon weg? Hey, du! Komm ich jetzt noch irgendwas Netflix-mäßiges gucken? Ja, wir werden uns jetzt noch den Abend genießen. Und morgen wird ein bisschen mehr geflockt. Am Morgen haben wir mehr Zeit. Wir werden morgen trotzdem angerufen. Du wirst es sehen. Die wissen nicht mehr. Ja, also auf jeden Fall. Cliff ist gerade gekommen. Ja. Und da haben wir eigentlich das Wochenende frei. Aber... Ja. Wir reden hier von Opa und Opa. Wir rufen trotzdem. Ich werde auf jeden Fall ein paar müssen. Na, ich muss auch hin. Nee. Na, Oma muss stehen üben. Denkst du, Cliff schafft das? Ja. Opa hat gesagt, das macht Cliff. Okay. Na gut, dann brauchen wir ja nicht zu gehen. Also, heute schaffen wir endlich mal ein bisschen vom Bude zu machen. Unseren Haushalt mal endlich zu machen. Weil wenn wir jeden Abend so bei Oma sind, schaffen wir das einfach nicht mehr. Wenn wir so lange da sind. Drei, vier Stunden. Ja, heute machen wir endlich mal unseren Haushalt. Cliff ist nämlich da. Und da haben wir nämlich dieses Wochenende Urlaub. Urlaub? Ja, Urlaub. Und du machst das Bad? Äh, ich mache eigentlich alles. Genau. Ich ruhe jetzt erstmal den Tisch. Du machst nur die Wäsche. Und den Tisch. Vorher. Bitte. Vielleicht flogst du ja noch etwas. Nein. Bitte. Nein. Oder auch nicht. Du musst sehen. Ich höre mal ganz kurz zeigen, wie das aussieht, wenn wir aufräumen. Ich bin gerade dabei, das Bad zu machen. Du hast nicht geschafft den Tisch abzuräumen. Und er sitzt da. Du machst nichts. Ähm, wolltest du nicht aufräumen? Äh, äh, ja. Ja. Dein Glück. Hey. Hey. Steh auf. Komm, hilf mir. Ja. Wie lange denn noch, bis ich fertig bin mit dem Bad und mir das nächste Zimmer vornehme? Nein. Äh, okay. Sehr schön. Jedenfalls habe ich schon das Bad, äh, das Schlafzimmer fertig. Hier ist nämlich alles fertig. Ach, die Wäsche. Die muss ich eigentlich noch abhängen. Und die Frühschulwäsche? Aufhängen. Mal sehen, wann er das endlich mal macht. Na ja, Katzen glaube ich jetzt auch noch wischen. Fertig. Willst du auch noch, äh, saugen heute noch? Ja. Keine Antwort ist auch noch so. Ach, egal. Dann mache ich das auch noch. Wie werden Sie mal? Essen von? Ja. Essen holen. Essen holen. Und wir wollen Lea jetzt mal alleine lassen, ohne sie einzusperren. Wir hoffen, dass es funktioniert so. Weil es ist eigentlich... Wir haben vorhin wundervoll aufgerollt. Eigentlich müsste sie jetzt nichts mehr finden. Sie müssen noch die Wolle wegpacken, weil die können sie noch zerfetzen. Und die Bogen stelle ich, äh, auf den Tisch hin, äh, auf den großen Tisch, weil die wackeln nicht so sehr. Wenn die auf den Tisch klettert und die runter schmeißt, das kostet dann. Wir versuchen das, oder? Ja. Ja. Wie kurz... Äh... Ich werde mich erst mal umziehen. Ja, ich werde mich erst mal umziehen. Ich habe mich mit der Wienhose an. Dann muss ich irgendwie erst mal nehmen. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Ist es dunkel? Ich weiß. Wird so Zeit. Mal gucken, was der Hund gemacht hat. Oh nein. Oh nein. Wo die guckt. Wo die guckt. Wo die guckt. Das haben wir mal gemacht, hm? Wollen wir mal gucken? Kannst du gucken in einen anderen Räumen? Mhm. Nee, was auch nicht dran. Nichts gemacht. Oder? Ja, fein. Ah, die schlägt sich. Ich habe auch nichts zu essen, irgendwie ja. Na, guck mal. Kannst du was? Gucken. Ich habe nicht gesehen, die lag halt, äh, auf... Auf die Decke halt. Ja. Sind sie geschlagen? Wahrscheinlich. Sind sie geschlagen? Ja, fein. Kannst du nicht geschlagen? Ja, fein. Ja. Wir sind fertig mit frühstücken. Ja, das flockst irgendwie nicht, hä? Was denn? Ja, so. Ein wundervolles Gehnen. Guck mal, wie die da liegen. Ja. Ja. So, ich werde jetzt noch das Video fertig schneiden. Ja, und die Greh aufzeigen. Habe ich da schon drauf gehängt. Ja, die ist viel süßer. Ja, okay, das denk. Siehst du nicht? Ich guck. Ja. Wundervoll. Süß. Komm her. Ja, was heißt das? Komm her. Ja, die ja liegt ja mal ganz so süß. Baby schon liegt immer so süß. Oh, der hat den Pust. Du. Hey, was? Ja. Somit beenden wir unseren Samstag. Unsere Woche. Oh. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Ja. Ihr seid nicht bei uns. Wir sind bei euch. Ich hab den Text vergessen. Nein. Ich hab den Text vergessen. Nein. Zu nah.